Herzlich willkommen auf der Großbaustelle des Gotthard Basistunnels. Bevor Sie unseren Installationsplatz und den Tunnel betreten, möchten wir Sie mit den wichtigsten Sicherheitsregeln vertraut machen. Über die Baustelle führt Sie unser Besucherführer. Er ist Ihr Ansprechpartner. Sollte ein Notfall eintreten, folgen Sie bitte seinen Anweisungen. Das Betreten der Baustelle ist ausschließlich mit Sicherheitsausrüstung gestattet. Sie besteht aus der Sicherheitskleidung, dem Schutzhelm und den Sicherheitsschuhen. Personen, die Alkohol konsumiert haben, dürfen den Installationsplatz und den Tunnel nicht betreten. Es herrscht absolutes Alkoholverbot auf der Baustelle. Bewegen Sie sich auf dem Installationsplatz nur in geschlossenen Gruppen und außerhalb oder am Rande der Transportwege. Das Betreten von Gleisen und Fahrbereichen der Baustellenfahrzeuge ist gefährlich und deswegen verboten. Fahrzeuge haben auf der Baustelle immer Vorfahrt. Um Gefahren zu vermeiden, bitten wir Sie folgendes zu beachten. Berühren Sie keine elektrischen Anlagen. Halten Sie Abstand von Förderbändern und fassen Sie keine Behälter mit gefährlichen Stoffen an. Bevor Sie in den Tunnel einfahren, bitten wir Sie folgendes zu beachten. Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, dürfen den Tunnel zu ihrer eigenen Sicherheit nicht betreten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Jeder, der den Tunnel betreten möchte, muss einen Selbstretter bei sich tragen. Sie erhalten das Gerät vom Besucherführer. Tragen Sie den Selbstretter vor der Brust. Im Notfall ziehen Sie den gelben Verschluss nach vorne. Dann den Deckel abnehmen. Nun an den Laschen ziehen, bis das Gerät fest vor der Brust sitzt. Den Atemschlauch herausnehmen. Dann aus dem Mundstück den gelben Stopfen lösen und das Mundstück in den Mund nehmen. Danach die Nasenklammer aufsetzen. Die Atemluftversorgung startet automatisch. Anschließend die Schutzbrille aufsetzen und den Bauchgurt festziehen. Fertig! Bitte bewegen Sie sich im Tunnel immer auf dem Bankett. Auch im Tunnel gilt, betreten Sie niemals die Gleise. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass die Temperatur im Tunnel etwa 28 Grad beträgt. Sollte es Ihnen nicht gut gehen, melden Sie das Ihrem Besucherführer. Er hilft Ihnen gern. Sollte im Tunnel die Beleuchtung ausfallen, bewahren Sie Ruhe und beachten Sie die Anweisungen des Besucherführers. Er weiß auch im Fall eines Brandes, was zu tun ist. Wichtig? Legen Sie den Selbstretter an. Das Gerät versorgt Sie mit Atemluft und folgen Sie dem Besucherführer. Unsere geschulten Mitarbeiter sorgen für Ihre Sicherheit. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß bei der Besichtigung des Gotthard-Basistunnels.